ein wunderschönen guten morgen an alle die zum ersten mal da sind herzlich willkommen zurück an alle die schon wieder da sind mario was machen denn die all coins ja können wir gerne mal drüber gucken und wie immer als erstes auf litecoin ihr wisst wie das format funktioniert einfach unten in die kommentare geben den coin hinein schreiben den ich morgen vielleicht für dich analysieren soll dann versuche ich das umzusetzen heute sind es ein paar mehr deswegen wie das video länger aber ihr habt die möglichkeit unten in der timeline nur zu dem coin zu springen der euch interessiert wir fangen trotzdem an mit litecoin overalling ja nein wir werden sehen achtung zum ersten mal in diese goldene linie gebrochen aktuell auf vier stunden basis auf der 120 50 aufgesetzt das ist genau diese rote linie von der wir gesprochen haben allerdings auf stunden basis sind wir drunter und ihr seht eine stunde respektiert aktuell die zweite stunde diese schließt in 45 minuten bin gespannt was dann passiert und wir haben hier noch eine minimale unterstützung bei 119 sollte das also folgendermaßen passieren ihr seht wir sind es hier mit der stunden kerze genau aufgesetzt sollte also folgendes passieren runtergekommen aufgesetzt auf der 119 120 50 als resistance angetestet vier stunden close darunter ok dann ein überrollen und dann 1 stunden close unter der 119 er öffnet die möglichkeit hier den short anzusetzen in richtung erstmal dieses wix bei 117 eher in richtung 116 40 dass wir das ganze hier gebrochen haben ist jetzt erstmal nicht ganz so günstig beinbruch noch nicht aber auf tagesbasis um wenn wir da und ihr seht wir wollen die ganze zeit hier unten diese marke zurück über die 116 ihr seht wenn wir da um mal durchgebrochen sind von oben kommen die 160 das ist hier diese rote linie in richtung 95 von oben kommen durchgebrochen in richtung 95 das heißt nicht dass wir auf 95 fallen aber habt im blick falls die marke auf tagesbas bricht erst mal wird es danach noch wichtig dass wir die letzte linie im sand halten das ist diese goldene linie die verläuft unter 116 hier bei 113 aber hier sollte diese goldene gleichzeitig rot runter rausgenommen werden ungefähr 111 dann glaube ich sehen wir die 100 noch mal wieder und wenn die psychologisch fallen dann kommt sowieso die angst zurück ab in richtung 90 passt auf bei light coin und long würde ich weiterhin nicht dran denken dann müssen wir hier oben die 133 auf tagesbasis zurückkommen können wir darüber reden ansonsten ist mir jetzt gerade zu viel resistance dort und keine andere möglichkeit keine andere linie die ich hier sehe die ich nach oben hin nehmen würde wo ich sagen würde ab da ist das ganze schon wieder möglich xrp aufpassen wirklich auf pause diese vier stunden kerze die schließt in 42 minuten ist es genau das passiert was wir gesagt haben falls wir unter diese goldene linie noch mal drunter fallen das heißt es ist eigentlich der gleichzeitige bruch der goldene linie müssen aufpassen dass man nicht auf 80 cent fallen wir sind sogar deutlich drunter gefallen und jetzt kommt auch hier wieder darauf an xrp tagesbasis bruch unter die marke von 80 cent eröffnet wieder das tor in richtung 78 danach 75 das ist wahrscheinlich aber dann wird interessant sollten wir diese grüne linie und diese goldene brechen dann kommt auch hier die angst zurück dann geht es noch mal auf 70 cent runter so viel vertrauen habe ich jetzt aktuell nicht in xrp und ihr seht das ist eine tageslinie die sollte eigentlich nicht nach unten hin brechen dass uns unsere ehemalige unterkante dieses triangles gewesen auf tagesbasis im grunde genommen muss ich ja fast sagen wenn wir die unterkante dieses triangles brechen und wer sieht wir sind jetzt gerade darunter wenn wir die brechen besteht natürlich die möglichkeit dass wir die oberkante hier noch mal aufsetzen die verläuft genau bei den angesprochenen 75 cent ich wäre vorsichtig jetzt gerade bei xrp ich würde die punkten von lassen würde gar nichts machen dann sollten wir hier oben drüber kommen 85 cent dann ist 88 im play danach 92 sieht allerdings jetzt erst mal danach aus als wenn wir eher bock haben noch mal ein bisschen weiter runter zu kommen keine ahnung hier genau das gleiche wir haben gesagt sollten wir auf vier stundenbasis diese goldene linie nach unten hinbrechen was bedeutet gleichzeitig hier die 1 17 nach ohnehin rausnehmen besteht die möglichkeit dass wir noch mal in 109 fallen so ganz soweit sind wir jetzt nicht unterkommen das war 11 glaube ich aber auf jeden fall schon ein stückchen ihr seht das hier solange wir aufgekauft werden möglicherweise sogar diese vier stunden kerzen noch darüber schließen ist das ganze gut ansonsten müssen wir auf folgendes aufpassen doppeltop runterkommen bestätigen und dann überrollen dann sieht es schlecht aus wenn dann die marke von 109 brechen fallen wir zurück auf diese goldene linie die verläuft zum aktuellen zeitpunkt bei 105 brechen wir die ja gibt erstmal psychologisch logischerweise sehr schnell auf einen dollar aber sollte der dollar nach unten hinbrechen dann sehe ich auch hier die angst zurückkommen dann geht es wahrscheinlich eher in richtung 90 cent bei cardano sehe ich jetzt auch im moment keine möglichkeit hin zu longen ehe wenn ich die 1 25 nach oben hin zurück erobern wie chain hier kommt auch langsam das szenario was ich euch gesagt habe in play und zwar dass wir nachdem wie dieses tröten pattern nach oben hin gebrochen haben als support benutzt haben und diesen langsamen aufwärtstrende zu einer parabolen phase geführt haben dass wir runterkommen bei uns bei uns bei uns immer kleiner werden und dann eine linie nach unten hin durch welche und dann geht es abwärts auch hier ist dieses szenario definitiv im play drücken pattern langsamer anstieg immer weiter parabola dann darunter kommt bei uns kleiner werden kleiner werden kleiner werden kleiner werden linienbruch ab nach unten jetzt mal sehen wohin es geht in die prognose von gestern die war logischerweise dass wir erstmal hier zurückkehren auf diese drei wigs genau dort sind wir jetzt angekommen der ging weiter nach unten aber wir haben aktuell hier den vier stunden Kloster allerdings auch hier wie viele andere dann erst in 40 Minuten schließt ich glaube dass wenn wir wirklich unter diesen wigs hier schließen unter der 7,46 Prozent was sie das ganze vielleicht noch mal nach oben hin antesten mit so einer stundenkerze und dann auch hier unten diese mittel linie erreichen beziehungsweise erben diese 7,1 Cent und wenn die nicht halt zurück auf 6,8 für mich macht das überrollen jetzt zu diesem Zeitpunkt hier sind deswegen würde ich auch hier kein keinen keine longposition einnehmen bevor wenn ich auf vier stunden basis hier zum beispiel diesen knoten punkte zurück erobern würden das wäre 7,7 cent dann habe ich die möglichkeit den 8,3 zu steigen sollten die nach oben hinbrechen 9 sollen die nach oben hinbrechen 10 aber dazu müssen wir das ganze wirklich erstmal antesten solana solana machen gute nächste diese denn auch hier leichter anstieg immer weiter steiler werden parabol dann herunter kommen bei uns runter kommen bei uns bei uns immer kleiner werden und dann sollten wir hier wirklich durch diese goldene linie fallen auf tagesbasis verläuft bei 123 das werdet ihr sehen wenn ich euch das hier einblende das ist hier widerstand seitdem ist das ganze support aber ein tageskloster darunter verursacht natürlich weiterhin weiter großen schmerz ihr seht ihr selbst hier war das ganze resistent also jetzt ist es noch support sollten wir das brechen schlimmstenfalls die 120 nach unten hin rausnehmen dann ist picken time dann ist schluss mit lustig dann geht es zurück hier auf diese goldene linie bei ungefähr 113 kriegen wir ein tages close unter der marke von 111 sage ich euch fahren wir zurück in richtung 100 oder sogar 95 das wäre schade um die ganzen gewinne die wir im mit haben deswegen würde ich jetzt auch hier keine longposition einnehmen selbst wenn ich eine diagonale linie ziehen würde und die wir hier und die hat sehr schöne auflagepunkte ja habe ich keine möglichkeit in der longposition einzunehmen bevor wir nicht auch ein gold auf tagesbasis zurück erobern das bleibt die 136 und deswegen dass ich da jetzt gerade die finger von link hat genau unseren knotenpunkt erwischt den wir gestern abend hier zusammen eingezeichnet haben auf vier stunden basis sind wir aktuell ja drüber sage ich einfach mal auf 1 stunden basis sind wir logischerweise drunter und ihr seht 1 2 3 mal bis jetzt angetestet das ganze ist aktuell besitzt und sollten wir dann auch hier wer close war hier unten der rietest dass hier so eine einsturm kerze kriegen unter der marke von 16 35 dann ist das ding short dann rollen wir über und dann geht es zuerst mal hier in richtung 16 15 dann 16 psychologisch und dann kommt diese rote linie bei 15 87 eine longmöglichkeit sehe ich hier aktuell nicht auf uns herankommen dafür müssten wir den diagonale linie nach oben hinbrechen egal ob ich sie so anzeichen oder irgendwie anders das ganze wäre erst möglich wenn wir hier die marke von 17 10 auf vier stunden basis zurückerobern sonst würde ich die pfung davon lassen definitiv luna 1 16 luna hält sich sehr sehr stark auch hier auf tagesbasis die 116 bleiben als support liegen ihr seht diese ganze vier stunden kerzen haben keinen bock wirklich darunter zu schließen schlecht wäre es wenn wir in vier stunden close innerhalb dieser oberkante dieser bullenflagge wieder sehen denn dann werden wir die unterkante noch mal anlaufen sprich ein vier stunden close unter dieser marke von 113 führt uns zurück in 109 und dort wird es dann auch wichtig denn die 109 ist unser top hier einmal zweimal dreimal viermal fünfmal und dann haben wir seitdem das ganze hier als support benutzt ich glaube wenn wir die 1 109 nach unten hinbrechen dann wird es sehr sehr schnell auf diese goldene aufsteigende linie gehen die verläuft zu diesem zeitpunkt bei 105 und brechen wir die dann 101 hier wie bei vielen anderen kunden 101 ist dann die marke die wir auf tagesbasis halten sollen ansonsten kommt danach definitiv die angst zurück kommen wir zu den coins die euch gewünscht ob das sind diesmal zwei drei mehr deswegen versucht das ganze ein bisschen schneller ab zu frühstücken aber dennoch dass hier damit kommt achtung p y r tagesbasis auf die goldene linie aufgesetzt gebaut ihr seht die ist wichtig sollten wir in tages close unter dieser goldene linie kriegen brauchen wir nicht darüber reden dass wir zurückfallen würden auf 1499 bricht die 15 dollar nach unten dann geht es relativ zügig in richtung 13 62 schlimmste szenario wäre natürlich wenn wir die 12 70 nach unten hinbrechen dann geht es in richtung 10 ansonsten ist das hier positiv ein wir sind aktuell 8 prozent 8 prozent im plus aber ihr seht auch vier stunden war es guckt euch das an diese ganzen linien hier rein ich habe keine möglichkeiten neuen long trade zu eröffnen bevor ich nicht mal mindestens hier die 17 94 kann auch einfach sagen 18 dollar zurück erobern dann kann ich das ganze probieren ansonsten sieht es aus als wenn wir hier programm schulter kopf schulter zu machen und dann nach unten hin abzugehen keine lust jetzt gerade über einen long nachzudenken das sieht er danach aus als wenn wir hier noch mal so ein hoffnungsbounce kriegen und dann über ein icp achtung bricht unsere goldene grüne linie das ist nicht gut auf vier stunden basis haben wir super viele auflagepunkte darauf ihr seht das hier ganze wohl allzu populist hier wird der bruch jetzt sogar der bruch der nächsten roten linie obwohl das eine tageslinie ist die muss auf tagesbasis nach unten hingebrochen werden trotzdem ist dieser vier stunden hoch den wir in 33 minuten kriegen erstmal nicht so günstig auf vier schon mal ist hier noch minimal support ihr seht denn da sind wir gerade also in dem fall das gleiche sollten wir den vier stunden klos hier drunter kriegen dann das ganze retesten dann über diesen punkt hinausziehen das ist hier ungefähr die marke von 20 und 30 würde einfach sagen will okay ich nehme das ganze gerade denn im tier 20 dollar dann fallen wir zurück in richtung 1980 das sind drei diese drei gestrichelten goldenen punkte sollten wir das nicht schaffen zu halten geht es richtung 19 19 dollar auf tagesbasis bei vielen anderen die marke deutschlands dann auch hier picken time sollten wir 19 auf tagesbasis brechen boom in richtung 15 aufpassen long habe ich erst die möglichkeit hier oben wieder einzugehen mit den tageskloss über 22 50 kriege trx aktuell 3,3 prozent im minus achtung vier stunden basis gebrochen ausbruch retest und jetzt der follow nach unten erstmal sieht das ganze nicht gut aus bei trx hier will ich definitiv darauf achten dass wir die nächsten stunden ihr seht ihr kriegen bei uns hier an diesem leichten wirklich leichten support wenn wir jetzt eine 1 stunden basis hier so macht also was machen wir wollen dann hier wirklich unter die 6,7 cent dann geht es ziemlich zügig hier auf diese goldene beziehungsweise lila nini das wird sich das wird wichtig 6,5 auf tagesbasis sollten wir die nach ohnehin brechen dann kommt auch hier der schmerz zurück eine long möglichkeit sehe ich jetzt hier aktuell nicht mindestens müsste ich das hier zurück oben das sind die 7 cent dann habe ich die möglichkeit hier in diese goldene linie zu steigen sollte das nach oben hinbrechen geht es logischerweise auch hier weiter hoch aber sieht im moment nicht daraus miota hatte gebrochen linie diese nix so gute achtung auf tagesbasis waren wir hier in diesem schönen kanal dann haben wir ja eigentlich schon vor zwei tagen diesen kanal gebrochen schon länger kein augenmerk drauf geworfen bruch des kanals hier aufgeschlagen auf gold bounce achtung hier durch gebrochen auf kürzeren timeframes angetestet dann rollover jetzt genau aber punkt genau auf die nächste linie aufgeschlagen das sind die 80 cent 80 cent sage ich jetzt nicht ist die übelst wichtige marke aber na wenn wir die 80 cent auch noch nach unten hinbrechen dann wisst ihr wo es hingeht in richtung richtung 77 cent und bei 75 cent sollte dann halt sein sollten wir hier die 75 cent nach unten hinbrechen ihr seht das wenn wir von oben kommen und die 75 cent nach unten hinbrechen das ist hier ungefähr dann macht's klatsch dann macht's klatsch oder wenn wir das antreten macht klatsch dann kann es hier noch mal in richtung 68 vielleicht sogar 60 gehen ja positiv bin ich da jetzt gerade nicht so gestimmt wenn ich bock habe hier wieder ein trade einzugehen dann muss ich mal mindestens hier so eine so eine goldene linie nach oben hin brechen und das wäre sowas hier und dann die nächst höhere resistance aus dem das ist die 86,5 cent vorher würde ich da gar nichts eingehen das ist nämlich dann hier dieser leichte support ihr seht das hier waren wir drüber dann habe ich die möglichkeit wieder hier hinzukommen richtung 90 cent sollten 90 cent auf tagesbasis brechen sich auch den dollar kommen aber jetzt gerade ehrlich ist man die finger davon lassen ftm auch hier wieder aufgesetzt perfekt auf unserer linie hier vier stunden close ist aktuell noch darüber sollten wir aber einen darunter kreieren ja dann ist logisch dann kommen wir auf diese wix zurück und sogar vielleicht die auf diese kohle die die über 131 sollte ein uns 31 auf tagesbasis brechen ist auch hier schluss mit lustig dann geht es in richtung einen dollar zurück ich würde keinen long trade eingehen bevor ich das nicht zurück erobert hätte mit sicherheit da gibt es eine frühere möglichkeit die meiner meinung nach aber sehr spekulativ ist ihr seht das müsste man so anlegen das wäre dann frühest möglich hier ab 1,50 denn hier haben wir noch leichten horizontalen widerstand 1,50 dann geht es zurück in 1,57 1,57 zurück überhören können wir uns auch weiter freuen auf 1,70 und weiter aufsteigen aber aktuell ist das logischerweise nicht in play bitcoin cash hatte auch hier einen leichten anstieg der dann relativ schnell am parabol wurde mit einem 14 prozent sprung an diesem tag und da haben wir eigentlich schon gesagt hey passt mal auf dass das ganze nicht überrollt wir haben einen bei uns gekriegt eine seitwärtsbewegung und noch mal dieses top zurück an doppeltop aktuell und deswegen sollten wir jetzt natürlich auch aufpassen was hier als nächstes passiert und zwar folgen dass wir haben wir sitzen hier mit dem arsch genau auf dieser goldenen linie und auf dem support hier hinten ist aber hier wird in diese grüne linie sehr sehr wichtig ihr seht wir haben genau den rück auf die grüne linie gekriegt 3,48 brechen die an 3,48 nach unten ist das ein schlechtes zeichen ein richtig schlechtes zeichen 3,48 ungefähr 3,50 wenn wir hier nach links gehen war das das was wir zurück übern wollten auf tagesbasis vier tage fünf sechs sieben tage ungefähr in diese richtung gescheitert sollten wir den tageskloß hier drunter kriegen da der 3,48 dann glaube ich geht es zurück in 3,30 und wenn dann so eine goldene linie die wir als eigentlichen als support haben sollte die auch noch nach unten bricht dann kommt auch hier die angst zurück dann geht es in richtung 300 werfen wir einen blick auf arwachs da haben wir unsere goldene linie eingezeichnet das warten die sich hier oben haben gesagt bericht diese nach unten werden wir auf rot aufschlagen und bricht die nach unten kann das ganze relativ zügig in richtung süden gehen genauso ist es kommen wir haben die linie nach unten hin geboren sind genau auf unserer linie gebaust haben das ganze retesteten hier war der rollover und auch gleichzeitig der bruch der roten linie und dann haben wir hier genau das gesehen was wir eingezeichnet haben erst mal ein überrollen in richtung süden auf stundenbasis seht ihr versuchen wir uns jetzt hier zu retten das ist ein überrollen das ist ein bounce haben wir einen stunden close dann unter der marke von 88,88 dann geht es auch hier weiter runter eher so in richtung 80 dollar erst mal werden wir diesen wick noch mal antesten bei 86 und wenn der nicht hält dann hier unten die 81 positiv ist auch in dem fall anders und ich würde keinen erneuten long trade eingehen bevor ich nicht wirklich diese linie die wir gebrochen haben nach oben hin zurück aber die verläuft im moment bei ungefähr 94 dollar p.o.l.c. das ist ein koin der noch nicht so lange da ist deswegen ist das hier ein bisschen choppy und deswegen habe ich das ganze auch so eingezeichnet wie ich es eingezeichnet habe wir sollten unbedingt diese goldene aufsteigende linie auf tagesbasis halten kriegen wir ein tages close hier die verläuftung ungefähr bei 28 cent tages close unter 28 cent da geht es in 25 und danach geht es in 22 auf diese lows hier zurück ich würde keinen long trade eingehen bevor ich eigentlich nicht das ist ein tag das ist eine tages linie und die nächst höhere und die nächst höhere ist dann hier ich würde er keinen long trade eingehen bevor ich nicht diese mini linie hier zurückgeobert habe dann geht es sehr schnell in die 31 cent brechen die nach oben brauchen wir diesen knoten punkt die 32 cent und dann kann es auch definitiv zu diesen hoch und weiter hoch gehen aber jetzt gerade sieht das natürlich nicht so günstig aus wenn ich eine unterstützungslinie zeichnen würde wollen ist die die weg gebrochen ausbruch nach unten rietest der linie und dann weiter runter für mich sieht es aus als wenn diese 29 cent jetzt erst mal in play sind dann werden wir hier vielleicht noch mal noch mal so ein bounce kriegen und wenn wir dann überrollen geschweige denn durch diese linie fallen sieht schlecht aus long trade würde ich nicht eingehen bevor wir hier wirklich nicht die 32 cent zurück oberen und das hier ist mir ein bisschen zu schoppy das würde ich erlassen denn wir haben darüber diese ganzen resistance er hier diesen knoten punkt nach oben hin zurück und wie gesagt 32 cent das wäre schön das war's für all coins von heute das war relativ lang aber wie gesagt ihr könnt unten in die timeline gehen und dann euch natürlich nur einfach den korn raussuchen die euch interessiert ich hätte das format einfach und in die kommentare schreiben welchen könig morgen für euch analysieren sondern versuche ich das zu machen ansonsten wünsche ich euch jetzt allen erst mal einen wunderschönen start in diesem mittwoch wir sehen uns gleich noch zum marktupdate und natürlich auch heute abend live wie immer